So, hier zeige ich euch einmal, wie ihr mit eurer Base umzieht. Wir haben ja einen Sammelpunkt ausgemacht. Das sind ja, wenn man einmal auf die Karte schaut, hier zu unserer Linken, gerade für die noch kleineren Spieler und für die, die schon weiter sind, geht es dann Richtung Süden. Ich bin ursprünglich hier gestartet, ich bin schon ein ganzes Stück gesprungen. Und das geht wie folgt, als erstes müsst ihr gebaut haben, springen wir eben in die Basis rein. Ja, einmal zu wenig. Ihr müsst auf jeden Fall schon Zone 4 erreicht haben und braucht dann das Außenpostenbefehlszentrum auf Stufe 1, damit ihr einen Außenposten errichten könnt. So, wenn ihr das dann theoretisch habt, dann sucht ihr euch den Spot aus, wo ihr hinwollt. Ich bin jetzt hier. Ich wollte schon weiter Richtung Mitte. Hier habe ich tatsächlich schon meinen Außenposten. Ich kann nur noch nicht hinjumpen, denn wenn ihr einmal eure Basis verlegt habt, müsst ihr 24 Stunden warten, bevor ihr die wieder verlegen könnt. Wenn ihr die dann verlegen wollt, geht ihr einfach zu dem Ort, wo ihr hinwollt, keine Ahnung, jetzt hier hin. Klickt einfach einmal rein, dann habt ihr die Option Bauen. Okay, jetzt habe ich keine verfügbaren Versorgungsschiffe. Würde ich jetzt eins haben, würde halt dieses Baumenü sich öffnen. Da könnt ihr dann den Außenposten bauen. Dafür braucht ihr 100.000 Metall und 10.000 Kristall. Wird aber nicht direkt abgezogen, ihr müsst es trotzdem haben. Da müsst ihr ein Frachtschiff auswählen. Das Frachtschiff liegt dann zu dieser Location hin. Und wenn das Frachtschiff dann vor Ort ist, dann werden erst die Rohstoffe abgezogen. Also wenn ihr bis dahin ausgegeben habt, wird das ganze Projekt wieder abgebrochen. Das Schiff bleibt immer vor Ort. Ihr könnt dann also direkt, wenn ihr die Rohstoffe wieder habt, auch einfach dann losbauen. Und im Endeffekt dauert das dann eine gewisse Zeit, ich weiß nicht wie lange, eine Stunde oder so. Und dann habt ihr so einen Außenposten. Wenn ihr diesen Außenposten jetzt habt, tatsächlich, was der Außenposten an sich bringt, weiß ich noch nicht mal. Gut, klar, ist als Ackerpunkt gedacht. Wenn ihr dann wieder an eure Station reingeht, habt ihr rechts ja die inneren Angelegenheiten. Da geht ihr einmal drauf, dann auf Basis verlegen. Die Basis kann nur innerhalb kurzer Zeit nicht wiederholt werden. Bitte versucht es in 14 Stunden nochmal. Wäre ich jetzt nicht im Cooldown, würde jetzt hier quasi nochmal die Nachfrage kommen, ob ich die Base wirklich zum Außenposten verlegen will. Und wenn ich das dann mache, ist die Base auch instant da. Genau, ich werde nochmal ein neues Video machen, sobald ich quasi auch selber wieder springen kann. Dass ihr dann auch einmal seht, wie das Ganze dann in der Praxis aussieht. Aber ich denke mal, die Erklärung sollte so schon mal reichen, damit ihr das auch hinbekommt, hoffe ich. Wie immer, wenn noch Rückfragen sind, schreibt mich an, dann ergänze ich die Sache noch. Tschölo!